Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir befinden uns im Quidditch Spiel Ravenclaw gegen Gryffindor. Und ja, wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also, los geht's. Oh, ich hab dich dran. Oh, ich hatte ihn doch fast. Hä? Steuert auf einmal in die Einrichtung? Ich bin immer zu schnell weg von dem, ne? Au! Oh nein! Oh nein! Das hat er denn fast. Oh, dann dreht er sich wieder. Seht euch nur die Suche an! Hä? Was ist auch immer so schnell weg, das Ding, ne? Das muss man auch mal sagen. Oh. Da kommt Potter! Sei gut, was du drauf hast, Harry! Das Publikum ist aus dem Häuschen. Los, Harry Potter! Oh. Geht so. Mein Kalender ist irgendwie... Oh, haben wir ihn. Ja. Kein Vorrang-Bereichstum. Gryffindor gewinnt erneut. Klar. Das war Quidditch mit Lee Jordan. Dank Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Harry packte das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas weiches, silbernes glitt hinaus. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, das Harry. Gebrauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten. Harry probierte den Umhang an. Und dann halfen ihm Ron und Hermine bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Turm. Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen. Okay, müssen wir schon auf. Mit Norbert im Gepäck machte sich Harry auf den Weg zum höchsten Turm. Er hoffte, dass er sich mit seinem Tarnumhang unbemerkt an Filch und seiner Katze, Mrs. Norris, vorbeischleichen könne. Was war das? Eindringling! Hä? Hä? Okay, darf ich nur nicht sehen, ne? Was war das? Okay, er ist da hinten. Nein, er hat er da. Ach man, wir müssen das letzte Nacht auf jetzt. Na, dann gehen wir hier hoch. Oh. Oh, oh. Der kennt auch ein paar Geheimwege. Aber was will er von uns, ne? Ist die Frage. Was will er von uns? Hm, da ist Fisch. Warte, vielleicht kann ich von hier? Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht ich? Warte mal so neun. Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler! Geht noch mal? Geht schon wieder so ein Geheimwege. Also, der hat natürlich die Abkürzungen schlechthin, die wir nicht haben. Hm. Müssen wir durch, ne? Das ist ein Takt und naht so ein bisschen die Musik hier. Okay. Okay. Geheimwege. Oh. Oh. Hey. Was war das? Oh. Oh. Okay. Kommt den Weg, dann gehen wir hier längs. Wie komme ich bloß dort hinauf? Ich weiß wie, pass auf. Oh, woher kommt's? Wir kriegen das ganz leicht auf die Reihe. So, jetzt müssen wir ein bisschen jumpen hier. Oh. Genau an der Kante. Halt, halt, halt. Da ist noch was da, ne? Könnt ihr auch rein? Ne, da sind Balken davor. Okay. Ich hab gedacht, man könnte da auch rein. Ja. Tiens. Na, komm, wir haben da. was war das noch kurz gucken wo er da hin will mit uns beziehungsweise wo er jetzt hingeht nein du sollst da runterjumpen geht da längst ok wieder diesen bücherturm da hoch also bücherturm sagt schon die bücherweg egal da ach da werden wir mal gucken Bildschi. Wie sollt man rein, ne? Okay, das ist oben jetzt, wo wir gerade eben waren. Das ist auch ein bisschen blöd. Immer hoch, runter, hoch, runter. Ja, das hätte man auch irgendwie anders lösen können, oder? Oh! Steht auf die Raub fallen. Ich kriege das nicht mal mit. So wie die Abfrage hier ist, die Kollisionsabfrage, glaube ich. Ich kriege das wirklich nicht mit. Uh! Aha! Hauptsache, Filchibaby kommt nicht mit. Oh! 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 Das ist auch geil. Man sieht eigentlich gar nichts, aber man springt einfach ins Leere, so. Also halbwegs ins Leere, ne? Okay, jetzt ist er aufgegangen. Und er geht zu. Ah, klar geht er woanders längs. Der doofe Typ. Was ist hier? Okay. Okay, dann sehen wir uns schon mal, was gezeigt, wo wir hin sollen. Achso, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder, okay. Auch. Und hier rein. Oh nein! Oh, das war ja blöd. Den ganzen Weg runtergefallen? Shit. Und dann gehen wir nochmal hoch. Hopp! Hopp! Hier knackt das noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, warum das Sound hier so knackt. Das ist irgendwie hier. Sobald es höher geht, geht das weg. Also muss irgendwas mit hier und zu tun haben. Wissen wir nicht was, ne? Hopp! Weil hier knackt jetzt gerade gar nichts. Wundert mich ein bisschen. Jetzt knackst du schon wieder lauter. Eng ein Sound, der nicht richtig funktioniert, würde ich behaupten. Okay. Also, ich weiß nicht. Oh? 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 Oh. Oh, okay. Oh, okay. Hey, hey, hey! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Da unten ist was. Sie fragen, ob man runter geht jetzt und die Truhe holt, oder ob man... Weißt du was, ich pfeife auf die Truhe. Können wir auch den ganzen Weg nochmal hoch zu jumpern, ne? Können wir auch wieder speichern. Was ist das da hoch? Ah! Nein! Oh! Ich dachte, der ist mir gerade hinterher gerannt. Ich dachte, der hat mich gerade gesehen, ey. Ui! Wir müssen auf die andere Seite, okay. Musste ich jetzt auch nicht. Wir müssen die Brücke einmal drehen. Hoffentlich geht der jetzt nicht hier rein. Da läuft ja auch die Brücke rüber. Gut. Wo ist denn deine blöde Katze? Ich hätte Tromaten auf den Augen. Ich lasse heute Nacht niemanden in diesen Turm. Werden wir ja sehen. Das werden wir. Sollen wir ihn damit ablenken? Ah, Peeves. Peeves! Dafür werde ich dich verbannen! Vielleicht kann ich die noch brauchen, um Filch abzulenken. Warum nicht? Oh! Oh! Vielen Dank. Schnell hoch da, war nicht so schwer, ihn abzulenken. Ah, sehr gut. Muss ich auch wieder zurück, oder was? Okay. Ich frage, wo geht's zurück, ne? Oh, da ist die Katze. Hallo, da ist ein Horst. Oh, da ist die Katze. Jetzt hab ich aber ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris, du hältst von oben aus Wache. Was für ein eleganter Sprung von der Katze. Okay, dann werden wir wahrscheinlich hier rauskommen, ne? An hier kommt ihr nicht vorbei, ihr Drecksgören. Okay, das ist die blöde Katze. Hier links. Oh, ich muss auch speichern. Oh oh. Oh oh. Erkennt echt aller Geheimgänge hier, der Typ. Ist so ein Freak. Geheimgänge hier. Oh, da bist du ja wieder, Harry. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Hm? Was geht hier vor? Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Jetzt sagt uns, ich wollte irgendeinen Weg hier, oder? Okay, da müssen wir wahrscheinlich... Ah! Nein, die blöde Katze. Die verdeifelte Katze. Na gut. Hä? Was war das? Blöde Katze. Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Den ganzen Weg nochmal machen. Und die ganze Geschichte mit dem... mit dem kopflösen Nick auch nochmal hören. Ah, wahrscheinlich. Na gut. Ah! Ah! So, da bist du ja wieder, Harry. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Ich... Muss kommen. Go, go! Oh! Ich kletter gleich sofort rauf, das nervt so ein bisschen. Blöd und doof runtergefallen. Na gut. Den ganzen Weg nochmal laufen jetzt. Ein bisschen nervig. Das ist ja wirklich ein bisschen nervig. Die Katze nervt mich auch. Oh! Also... Ich bin überhaupt hänglich bei der Abfrage hier. So. Kannst du nochmal. So, nochmal. Ach, der blöder Typ. Kannst du auf die Katze aufpassen jetzt? So, die hüpft nämlich gleich als erstes da rauf, glaube ich. Guck mal. Das ist die Frage, wo sie hinhüpft jetzt, ne? Oh! Schnell rüber! Oh, Gott sei Dank. Sonst hat die Katze nicht gleich gehabt, glaube ich, wieder. Zweites Mal. Ich habe keine Lust zu gehabt. Geht es da runter? Oder wo will er hin? Anscheinend da. Okay. Ach, jetzt kommen wir in den Raum, wo unsere Eltern treffen. Gucken wir mal dahin. Im Spiegel Nerhegeb konnte Harry seine Eltern, James und Lillipotter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Er taucht auch sauf. Harry drehte sich langsam um. Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegeb entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Nerhegeb kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn, dachte Harry? Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Okay, also wir müssen wahrscheinlich noch hier raus entkommen, irgendwie. Versuchen wir das mal, wir müssen auf jeden Fall noch speichern, irgendwann. Versuchen wir das mal, wir müssen auf jeden Fall kommen. Versuchen wir das mal, wenn wir rauskommen, wo Pilzschi uns noch findet. Man kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Eindringling! Oh, da ist schon das eine Tor. Oh, da geht auf. Oh, warten wir kurz hier. Oh, du blödes Viech. Bestige Katze. Oh, oh. Was geht hier vor? Wer war das? Jemand ist da mir vorbeigegangen. Ich ist da nicht vor, hast du nicht? IchPeter holen. Oh, das war das nicht. AlsoOTT, noch. Okay, jetzt geht's noch höher. Jetzt ist schon was ganz oben. Jetzt wird's noch die andere Seite. Jetzt kommt die Katze. Warte mal kurz hier. Die darf man doch nicht erwischen. Kann ich ihn einfach wegflippen, die Tante? Kann ich das hier mal einfassen? So. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Mal gucken. Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schöne. Wir hätten sicher schon mal die Katze. Stehen beide davor, ne? Okay, dann kann man ja nur vielleicht... Okay, Katze ist er da. Okay, Katze ist er da. Raus hier. Alter, muss ich langsam mal entkommen sein? Ach, da. Sehr gut. Brett und George. Haben die ne für abgefahrene Geheimwege? Mal ganz im Ernst. Mhm. Die fragt, wo es hingeht. Oh, guck mal, wie viele Bomben sie gesammelt haben. Hast du die 25 Bohnen für uns? Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Klar. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Super. Haben wir noch eine Karte bekommen? Geht ja fast gar nicht besser. Ach, wir können da gar nicht rein. Okay. Das ist ja blöd. Müssen wir den Weg hier hochfahren? Ja, okay. Okay. Na, super. Das ist doch ein wehres Schloss, oder? Hermine, Ron und Harry lüfteten das Geheimnis des Steins der Weißen. Mit diesem Stein kann man das Elixier des Lebens herstellen. Ein Zaubertrank, der einen unsterblich macht. Kein Wunder, dass jemand hinter dem Stein her ist. Jeder würde ihn gern besitzen, sagte Harry. Hermine meinte, dass in dem Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt habe, wahrscheinlich der Stein der Weißen gewesen wäre. Sie sagte, nun befände sich der Stein der Weißen vermutlich im verbotenen Korridor und werde von dem knurrenden Ungeheuer bewacht. Snape benimmt sich irgendwie verdächtig. Vielleicht hat er vor, den Stein der Weißen zu stehlen. Aber Snape würde nie etwas unternehmen, solange Dumbledore in der Nähe ist. Aber Dumbledore hat sich vor zehn Minuten auf den Weg zum Zaubereiministerium nach London gemacht. Dann wird er es heute Nacht versuchen. Los, wir müssen was unternehmen. Na, die fette Dame. Und was ist mit Filch? Er beobachtet ständig den verbotenen Korridor. Wir müssen es einfach versuchen. Puh, sieht ganz aus, als hielte sich Filch heute Nacht irgendwo anders auf. Los jetzt! Okay, hier speichern wir. Und hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020